900 Folgen von Kippsfunk. Warum sollten wir sie einstellen, ist das Thema durch. Du willst mehr Geld, ein mega frustrierendes Gefühl im Berufsleben, den willst du unbedingt haben. Sondern es geht darum, was du nicht sagst, du bekommst trotzdem nur Absagen. Kippsfunkfotos sind wichtig. Nur drei Hürden, dein Job langweilt dich. Im Jobinterview gibt es immer eine kleine Phase der Euphorie. Dieser Eindruck zählt, 100 Absagen, mit jedem Satz skeptischer. Bis zum nächsten Mal.